Hallo, dieses Video ist für alle, die mein Adventskalendertürchen vermissen. Es ist vielleicht albern jetzt, am 25. noch mal ein Video online zu stellen, ohne Inhalt. Es kommt kein Inhalt. Ihr könnt wieder ausmachen, wenn euch das nicht interessiert. Aber ich habe gedacht, es sind so viele unter euch, die mir geschrieben haben, ich bin so traurig, was mache ich nur am 25., wenn dann kein Video von Mamako kommt und dann ist der Adventskalender vorbei und ihr würdet halt gerne noch ein bisschen was sehen. Und da habe ich jetzt gerade die ganze Zeit dran gedacht, weil ich es auch ganz häufig gelesen habe. Denn ich hatte bei Instagram eine Frage gestellt, ob ihr Fragen an mich habt. Und ich habe jetzt hier gerade... Ah, ich sitze so auf meinem Bein. Und ich habe jetzt gerade meinen Style & Talk geschminkt und getalkt sozusagen. Also ich habe mich geschminkt in alle eure Fragen beantwortet soweit, die mich erreicht haben bis heute früh. Und beim Lesen habe ich natürlich so durchgescrollt und so habe ich halt auch unheimlich oft gelesen, wie viele sich dann bedankt haben für den Adventskalender und auch anerkannt haben, dass es eine Menge Arbeit war. Das war es auch. Aber deswegen, da will ich mich nicht drüber beschweren, weil ich habe das wirklich total gerne gemacht. Es hat auch mir super Freude gemacht. Sonst hätte ich es auch gar nicht online gestellt. Aber es kam so viel Feedback auf allen Kanälen, dass ich dachte, ich mache heute am 25. Mal ein kurzes Hallo-Video. Einfach nur so. So eine Art... Ich weiß nicht, wie ich das Video nennen werde. Lasst euch überraschen. So eine Art Vlog quasi. So ein bisschen Laberababer. Einfach nur so, dass ich mich nochmal melde und dass ihr nicht ohne Video seid. Das Style & Talk und Q&A, was ich jetzt gerade gedreht habe, kommt dann übermorgen online. Also am 27.12. Dafür ist es geplant. Das könnt ihr euch dann anschauen. Ich nehme an, also vom Gefühl her wird es sehr, sehr lang geworden sein, weil ich habe mich ja nicht nur geschminkt, sondern ich habe ja auch dann zwischendurch die Fragen vorgelesen und beantwortet. Es sind echt ein paar gute Fragen dabei gewesen. Ich habe auch wirklich alles beantwortet, was mir so an Fragen gestellt wurde. Ich habe jetzt im Nachhinein nochmal so überlegt, ich hätte auf das eine oder andere echt noch intensiver eingehen können. Aber ich wollte halt das Video auch nicht so exorbitant lang werden lassen. Ihr werdet es sehen. Was soll ich jetzt über ein Video reden, was noch gar nicht online ist? Ist ja auch Quatsch. Ich wollte einfach nur mal Hallo sagen und ich hoffe, dass ihr den Heiligabend schön verlebt habt und auch heute am ersten Weihnachtsfeiertag einen schönen Tag habt. Und haut rein. Heute ist alles egal. Haut euch die Bäuche voll, stopft euch mit Plätzchen voll und gönnt euch was. Und ja, die meisten von euch, die Weihnachten feiern, werden jetzt auch schon ihre Geschenke geöffnet haben und reingeschaut haben. Und ich hoffe, ihr seid alle glücklich und zufrieden damit. Ja, dieses Video hat wie gesagt keinen Inhalt. Ich sitze hier einfach nur und wollte mich bei euch melden. Total bescheuert eigentlich. Ich weiß noch gar nicht, ob ich das online stellen werde, ehrlich gesagt. Ich werde jetzt alles verräumen. Es ist nämlich so, dass ich nach den Videos, es ist immer so ein bisschen hier so, als hätte ich eine Bombe eingeschlagen. Ich habe jetzt immer alles in diese Kiste hier, schmeiße ich dann rein. Die ist von Ikea. Da habe ich mehrere von. Und da packe ich mir dann, also ich habe immer an meinem Schminkplatz Sachen, mit denen ich mich schminke. Und ich habe natürlich hier in meiner Schminksammlung hinter mir ganz viele Produkte. Und bevor ich ein Make-up schminke, nehme ich mir so ein Kästchen und dann gehe ich halt rum. Und dann gucke ich halt, das möchte ich benutzen und das und das und das. Und vieles davon ist halt an meinem Schminkplatz. Da habe ich immer vier, fünf verschiedene Foundations, die so in die Jahreszeit passen. Die nehme ich mir dann weg. Oder ein Concealer, den ich halt im Moment gerne benutze. Oder das Augenbrauenprodukt. Das brauche ich ja jeden Tag in meinem Bad. Damit schminke ich mich ja jeden Tag. Und das kommt dann in das Kästchen. Und dann gucke ich nochmal in meine Schminksammlung. Und dann nehme ich mir da vielleicht dann eine Lidschattenpalette raus. Oder ich verwende mal einen Bronzer, den ich schon länger nicht mehr verwendet habe. Oder so. Ja. Und das habe ich jetzt in dem Fall auch getan, dass ich gesagt habe, ich stelle mir mal eben alles zusammen. Das ging jetzt flott. Weil ich habe so eine Art Signature-Look geschminkt, so wie ich es halt gerne mag. Und ich schminke mich ja seit 30 Jahren. Und das ist so der Look. Also diese Brauntöne, bisschen goldig, Kajal und so. So ein bisschen Farbe auf den Wangen und so. Das ist halt das, was ich so am liebsten trage und auch im Alltag trage. Und was ich auch so gefühlt in den letzten 30 Jahren so am häufigsten getragen habe. Speziell Augen. Da habe ich halt immer Kajal benutzt. Und immer so Brauntöne, Goldtöne. Weil ich die am liebsten mochte. Oder Taube oder so. Mochte ich auch immer total gerne. Ja. Und so habe ich mir das halt zusammengeschmissen. Und so ist es eigentlich auch immer, dass ich dann im Nachgang natürlich hier alle Lichter wieder ausmache. Mein Spiegel putze. Gucke, dass mein Mikrofon auch aus ist. Das habe ich nämlich mal eine ganze Nacht und einen ganzen Tag angehabt. Und da war die dicke, fette Batterie, die da drin ist, einfach mal leer. Das ärgert mich. Das ist eine totale Verschwendung. Ja. Und wenn ich dann hier fertig bin, dann verräume ich alles wieder. Kommt dann alles wieder an seinen angestammten Platz. Das Ganze dauert dann meistens so eine Viertelstunde, 20 Minuten. Dann werden noch die Pinsel gewaschen. Zum Teil. Die dann richtig schmutzig schon sind und so. Und dann ziehe ich die Dateien auf meinem PC. Und dann werde ich das Video irgendwann heute Morgen, übermorgen oder nächste Woche schneiden, sodass ihr das dann auch sehen könnt. Am 27. Ich musste immer so ein bisschen vorplanen. Warum werdet ihr dann in dem Q&A auch erfahren? Warum ich so besonders vorplanen musste diesmal. Okay, ihr Lieben, ich will euch gar nicht länger aufhalten. Ihr wollt bestimmt zurück zu eurer Familie. Habt euch bestimmt gewundert. Was hat sie jetzt noch zu sagen? Sie hat doch schon alles gezeigt, was sie zeigen konnte. Ja, hab ich. Wollte nur Hallo sagen. Hallo. Und euch einen schönen Tag wünschen. Mehr war das hier eigentlich gar nicht. Freut euch auf immermorgen. Da gibt es ein bisschen mehr Inhalt. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt mir alle gesund. Passt alle gut auf euch auf. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020